Wenn wir uns angespannt und belastet fühlen, Ängste haben, wenn wir etwas in unserer Umwelt oder bei uns selbst als bedrohlich und ungewiss empfinden, wird unser Körper in Alarmzustand versetzt. Jeder von uns besitzt die Möglichkeit, sich durch eine Normalisierung der Atmung körperlich und seelisch zu entspannen, zur Ruhe zu kommen. Zwar leisten das auch manche Tabletten, aber das ist in der Regel mit starken negativen Wirkungen verbunden, die sich bei häufigerem Gebrauch oft erst später zeigen. Legen Sie die CD in Ihren CD-Player und machen Sie die Übung. Wahrscheinlich werden Sie noch während die CD läuft einschlafen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich werden sie noch während die CD läuft einschlafen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.